Leute, kurz vor dem Video möchte ich noch sagen, dass ich meinen Namen vom Crater Code geändert habe. Er heißt jetzt LordFN, ist nochmal in der Beschreibung zu finden, trägt ihn gerne ein. Und das Gameplay wurde by the way von mir und von anderen Clan-Membern erspielt. Und jo, dann viel Spaß mit diesem Video. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute möchte ich euch nochmal meinen Fortnite-Clan, also meine Fortnite-Organisation vorstellen. Und jetzt beginnen wir gleich mal mit den Join-Möglichkeiten, also wie ihr halt joinen könnt. Und die erste Join-Möglichkeit wäre da als FN-Player. Also da müsst ihr einfach sehr gut in Fortnite sein, auch ziemlich viele Arena-Points haben und so weiter. Und dann die zweite Möglichkeit, ihr könnt auch noch als E-Sports-Spieler joinen. Da müsst ihr einfach mindestens 500 Euro Earnings haben und einfach sehr viel Cup-Erfahrung. Und dann könnt ihr noch als Cutter joinen. Als Cutter müsst ihr halt einfach sehr gut schneiden können, euch gut mit Effekten auskennen und so weiter halt. Und dann noch als Designer, da müsst ihr einfach sehr viel Erfahrung mit Photoshop zum Beispiel haben und einfach gute Summails designen können. Und wenn ihr euch dann für eine Join-Möglichkeit entschieden habt, müsst ihr ein Video mit dem Hashtag Benancy hochladen. Den Hashtag seht ihr auch nochmal im Titel. Und ja, da müsst ihr ein Video mit dem Hashtag machen. Und wenn ihr zum Beispiel als E-Sports-Spieler joinen möchtet, dann müsst ihr einfach eure Earnings zeigen. Und auch so, wie ihr in den Cups gespielt habt und so weiter. Und als FN-Player einfach auch einen Montage oder so hochladen, wo man gut euren Skill sieht. Und als Cutter und Designer, als Cutter könnt ihr auch mit dem Hashtag Benancy, ich muss, also ihr müsst einfach in die Videobeschreibung schreiben, als was ihr joinen möchtet. Und als Cutter auch mit dem Hashtag Benancy ein Video hochladen, das einfach sehr gut geschnitten ist. Und als Designer müsst ihr einfach die Thumbnails, also entweder auf YouTube einen Speedart hochladen, wie ihr halt etwas designt. Oder halt, ihr könnt mir auch die Thumbnails, die ihr halt designt habt, könnt ihr mir auch gerne auf Insta senden. Und jetzt kommen wir auch noch zu den Vorteilen, die euch der Clan bietet. Und zwar haben wir einen Discord-Server, da könnt ihr alle mal joinen, einfach auf den Link in der Beschreibung gehen. Und jo, ihr habt dort einen Rang mit vielen Vorteilen. Und ihr könnt dort auch jederzeit Leute nach Boxfights, Buildbattles und so weiter fragen. Auch wenn ihr ein Duomate sucht, ist der Discord-Server gut geeignet. Vor allem, wenn man halt den Benancy-Rang dort drauf hat. Und dann haben wir auch noch eine Clan-WhatsApp-Gruppe. Und da sind einfach alle Clan-Member drin. Und da könnt ihr halt jederzeit mit sehr guten Spielern spielen. Ihr könnt einfach nur fragen, ob jemand Bock hat zu zocken. Und ihr müsst dann eigentlich fast nie alleine spielen. Und dann haben wir noch Sponsoren, wie zum Beispiel Faddle Grips. Und wir werden bald auch noch mehr Sponsoren heranholen. Und jo, schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was für Sponsor-Vorschläge ihr habt. Und ja Leute, dann war es das jetzt auch schon mit diesem Video. Bewerbt euch gerne alle mit dem Hashtag Benancy. Und jo, ich hoffe es kommen viele neue Bewerber. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und jo, wie gesagt, dann war es das jetzt mit diesem Video. Haut rein und ciao Leute.